Hallo, mein Name ist Michael Krüger, ich bin Offline-Unternehmer und seit 2010 auch im Online-Markt aktiv. Mein Name ist Jürgen Saladin, ich bin Geschäftsführer der Kübler GmbH. Ich habe den Social Poster bei mir im Programm, den nutze ich, um in verschiedene Social Media Kanäle meine Botschaften zu posten. Mein Name ist Oliver Pweil und ich habe in den letzten drei, vier Monaten ein Tool für Social Media Automatisierung gesucht. Hallo, mein Name ist Georg Glashauser, ich bin Marketingberater im Business Cockpit. Servus, mein Name ist Joschi Haunsberger und vielleicht kennst du mich als Veranstalter des ONCO, des Online-Marketing-Kongresses in Ingolstadt. Und wir vertreiben Teichpflegeprodukte übers Internet. Seit über zehn Jahren nutzen wir auch Facebook, Twitter und andere Social Media Plattformen und haben das bisher unsere Posts immer manuell verschickt, was immer sehr viel Zeit beansprucht hat. Und im deutschsprachigen Raum nichts gefunden. Mit dem Social Poster habe ich ein Tool gefunden, mit dem ich alles abdecken kann. Ich habe maximale Zeitersparnis, da ich meine Posts auf zwei Wochen, vier Wochen automatisieren kann. Wir nutzen den Social Poster, um unsere Social Media Arbeit zu automatisieren. Auf unseren Kanälen, die wir nutzen, vorwiegend im Bereich Instagram und Facebook. Ich nutze den Social Poster von Robert Hecht, weil er mir enorm viel Zeit spart, weil er dazu beiträgt, dass ich meine Kontakte ständig erweitern kann. Da ich in Instagram sehr aktiv bin und da mittlerweile auch sehr großen Erfolg habe, ist dies in meinen Augen tatsächlich nur auf dieses Tool, diesen Social Poster zurückzuführen. Der Social Poster ist für mich die Wunderwaffe, wenn es um Social Media Marketing geht. Einmal einrichten, einmal pro Monat, eine Stunde Zeit investieren und dann läuft alles auf Autopilot. Du sparst dir Zeit, du erhöhst deine Reichwerte, du bekommst mehr Klicks auf deine Webseite und kannst dadurch deinen Umsatz steigern, deinen Gewinn steigern und wirst bekannter. Vielen Dank für dieses tolle Tool, absolute Empfehlung und Daumen hoch. Vielen Dank.